Moin Leute, heute geht es um das Thema Moos. Moos ist ein stetiger Begleiter, zumindest bei mir in der Terroristik. Ich wurde in der Vergangenheit auch schon gefragt, Video hier, sag mal, was liegt denn da bei dir in den Spinnenterrarien so am Boden rum? Da ist unter anderem Moos, Spagnummoos, ein Bestandteil oftmals, je nachdem, ob ich es gebrauchen kann oder nicht. Es hat ein bisschen was Optisches, es macht viel her. Ja, aber für mich ist es Moos, Spagnummoos, erstmal komplett zweckmäßig. Spagnummoos ist aber auch nicht Spagnummoos, da werden wir später noch drauf kommen. Ich werde oftmals gefragt, was heißt oft, also ich werde gelegentlich, wenn es zum Thema passt, gefragt, hey Dennis, wie sieht das aus? Moos, welches hast du da für die Schlangen? Benutzt du das für die Spinnen? Muss ich das haben? Nein, muss man nicht haben. Ich habe auch im Endeffekt über die Jahre viele Moose ausprobiert und gerade beim Spagnummoos gibt es herbe Qualitätsunterschiede. Für mich gibt es nur einen Anbieter, der für mich das Moos in dieser Form hat, wie ich es gebrauchen kann. Ich habe mal etwas Abgefülltes in einem Sack gekauft. Ich weiß nicht mehr, woher das ist. Das war dem sehr nah, zumindest war es unverwechselbar. Also es scheint auf jeden Fall mehrere Quellen zu geben. Ich habe eine Quelle, wo ich das hier bestelle. Das ist so ein Ziegel, den schauen wir uns gleich an. Ich sage euch natürlich auch, wo ihr den kaufen könnt. Und das ergibt, ich glaube immer 10 Liter, nee 8 Liter steht hier, 8 Liter, von diesem hochwertigen Spagnummoos ergibt es. Und ich habe auch schon Moose gehabt, die waren sehr gammelig. Wenn die dann irgendwie im Terrarium liegen oder so oder in einer Wetbox oder wie auch immer, dann war das so muffig. Ja, es hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen bin ich immer wieder zu diesem Moos zurückgekehrt. Wir setzen das jetzt einmal an. Dann zeige ich euch mal, wie man das hochzieht. Das ist relativ einfach. Man muss am Ende nur Wasser draufkippen. Aber währenddessen möchte ich euch auch gerne erklären und zeigen, warum ich das benutze und warum es für mich wichtig ist, dass ich das immer parat habe. Aber das gibt unterschiedliche Gründe. Ich habe ja grundlegend hier zwei Tiergruppen. Einmal die Schlangen und einmal die Spinnenvogelspinnen. Und bei beiden spielt in Teilen Moos für mich wirklich eine wichtige Rolle in den richtigen Momenten. Und da kommen wir jetzt zu. Hier haben wir jetzt den Ziegel nochmal von der Rückseite. Wir schauen nochmal kurz drauf, was der Hersteller sagt. Perfekter Feuchtigkeitsspeicher. Spagnum-Terrariummoos aus Neuseeland zu einem handlichen Ziegel gepresst. Er gibt aufgelöst ca. 8 Liter gebrauchsfähiges und frisches Terrarienmoos. Durch regelmäßiges Besprühen speichert das Terrarienmoos Wasser und gibt es allmählich wieder ab. Dadurch wird die Luftfeuchtigkeit im Terrarium erhöht. Gebrauchsanweisung, Folie entfernen, na klar. Und den Moosziegel in 1,5 Liter warmem Wasser aufquellen lassen. Bereits in kurzer Zeit hat das Moos sein natürliches Volumen erreicht. Das Moos nie austrocknen lassen. Da sage ich gleich nochmal was zu. Das Moos in dieser Verpackung wurde gereinigt und ist lange lagerfähig. Da steht hier nochmal Inhalt. So, das Ganze ist von MS-Reptilien, habt ihr hier schon gesehen. Hier die Vorderseite nochmal. Reptile-Stuff, MS-Reptilien. Es ist aber genau das, was ich meine. Es ist hier ein Produkt, das ich wirklich nur hier kaufe. Wie gesagt, vorhin schon angedeutet, dass es an anderer Stelle auch schon das zu kaufen gab. Allerdings schon in einem Beutel, locker und nicht gepresst. Das ist ja egal. Aber ich weiß halt nicht mehr, wo ich das gekauft habe. Also es gibt es nicht allein hier, aber hier ist die Quelle, wo ich es beziehe. Und das ist das, was ich da so als Einzelnes bestelle. Immer denn ein paar Ziegel. Und wenn die aufgebraucht sind, dann gibt es wieder Neues. Hier stand gerade noch, das Moos nie austrocknen lassen. Und das ist das, was ich meine. Ich habe dieses Moos austrocknet. Also ich als Hersteller würde das auch drauf schreiben. Weil es kann sein, dass das Moos irgendwann keine Feuchtigkeit mehr aufnimmt. Aber dieses Moos nimmt Feuchtigkeit auf. Also ich habe das schon, glaube ich, ein Dreivierteljahr irgendwo in der Box stehen gehabt. Es war wirklich so derart trocken, dass es auseinandergebröselt ist. Wasser zugegeben und es quält wieder auf. Beziehungsweise saugt die Feuchtigkeit auf. Wir machen das jetzt mal. Ich packe das jetzt aus. Und dann werden wir hier das einlegen und werden mal Wasser auffüllen und gucken, was passiert. Und ich sage euch dann im Explizit Genauen, wo ich das jetzt anwende. Und wo es Sinn macht bei den Vogelspinnen. Wo es Sinn macht bei den Schlangen. Wo es auf gar keinen Fall Sinn macht. Und deswegen packen wir es jetzt erstmal aus. Dann nehmen wir hier das Unboxing-Messer. Das Tomasche, wie es heißt, es hat einen Namen. Manche kennen das. Wir ziehen diese Folie hier ab. Ich schneide das nochmal so ein. Zack, Müll beiseite. Diese Banderole, nenne ich es mal, nehmen wir auch weg. Und jetzt haben wir hier den Ziegel. Man sieht das hier, das ist richtig fest. Zack, da reißen dann die Fasern. Also das ist richtig wirklich fest. Wir legen das jetzt hier einfach ein. Ich hole jetzt Wasser. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was passiert. So, jetzt kommt hier das Wasser. Man kann auch das einfach in Wasser legen. Und das überflüssige Wasser, was nicht mehr aufgenommen wird, dann wegkippen. Aber wir machen das jetzt einfach mal so. Und ihr seht schon, ach, wir nehmen mal das Ding hier runter. Ihr seht schon, das geht jetzt auf. Zack. Und es saugt. Es geht sofort auf. Man sieht, wie das Moos rausquillt. Normalerweise sollte man das jetzt hochkant irgendwie da reinstellen. Aber so reicht es auch, weil Flüssigkeit ist gegeben. Und ich zupfe das gleich so auseinander. Und ihr seht, das ist natürlich auch richtig nass. Jetzt habe ich hier ungefähr, das sind so 2 Liter, denke ich. 1,5 Liter steht auf der Verpackung drauf. Und ihr seht hier, es zieht richtig Fäden. Das kommt hier richtig hoch. Hier unten ist noch das Wasser. Das wird auch aufgesogen. Und so geht das dann. Und kann dann schon verwendet werden in dieser Art und Weise. Also es geht super schnell. Ich lockere das jetzt hier so ein bisschen auf. Und da sieht man hier, Wahnsinn, was das für ein Packen ist. Und im Endeffekt kann man jetzt hier noch ein bisschen Wasser drüber geben. Weil das ganze Wasser, diese ganzen 2 Liter, seht ihr hier, kein Wasser mehr da. Also es wurde jetzt aufgesogen. Und das reicht im Endeffekt auch. 1,5 Liter schreibt der Hersteller hier drauf, dass hier entsprechend die Feuchtigkeit ausreicht. Reicht es auch. Ich fühle jetzt nochmal, ob hier irgendwo etwas Hartes ist. Das wäre ein Indiz dafür, dass da noch keine Feuchtigkeit angekommen ist oder vorher schon aufgesaugt wurde. Und ihr seht es hier, nee, das passt. Einwandfrei ohne Probleme. Es ist nichts Hartes mehr drin. Und ja, passt hier jetzt gut ausgefüllt rein. Das sollen 8 Liter sein. Na klar, das ist jetzt hier noch kompakt. Wenn ich das ein bisschen auseinandernehme hier so und hier drauflege, dann kriege ich das mehr Volumen. Und genau da liegt auch der Geheimnis von diesem hochwertigen Moos. So, jetzt wird mancher sagen, okay, verstanden. Das sind 8 Liter. Wenn ich das jetzt in 10 Liter einmal mache, sind das ja keine 8 Liter. Und genau das ist das Geheimnis von diesem Moos. Dass das sehr fluffig ist und sehr viel Volumen bringt. Und genau da ist, wie gesagt, die Fläche, die die Feuchtigkeit abgibt. Genau diese hier, sieht man jetzt hier ganz gut im Bild. Das ist vollgesogen. Das wiegt richtig was, weil das voll Wasser ist. Und es wird ja immer gut Wasser abgegeben. Man kennt das zum Beispiel auch bei Inkubation von Schlangeiern, so wie ich es gerade mache mit dem Königsbütern. Da ist eine große Fläche immer von Vorteil, weil halt auch hier großflächig diese Feuchtigkeit abgegeben wird. Wenn man das jetzt so machen würde, dass das so geknüllt ist, dann habe ich, man sieht richtig, wie es hier rausläuft, mal angenommen, ich hätte das jetzt nicht gemacht, so ist die Fläche kleiner. Und deswegen wird die Feuchtigkeit länger gehalten, aber weniger in einem längeren Zeitraum abgegeben. So wie wir es in den Spinnenterralen machen, gieße ich nach unten rein, wird die Feuchtigkeit leichter abgegeben, gieße ich eher flächig, oberflächig. Dann habe ich eine höhere Luftfeuchtigkeit, aber für eine kürzere Zeit. Und genau so ist das hier. Dieses angefeuchtete Moos, sieht hier, wie schön locker das ist, kann man jetzt überall einfach einbringen, wo man es braucht. Habe ich jetzt eine Vogelspinne, die es nicht trocken braucht, ein bisschen feuchter und ich möchte einfach grundsätzlich ein bisschen Feuchtigkeit reinbringen, dann habe ich hier die Möglichkeit, das jetzt so ins Terrarium einzulegen, ein bisschen auseinander. Und immer wenn ich gieße, gieße ich hier drüber, das heißt, ich habe hier automatisch schon etwas an der Oberfläche, was gut Feuchtigkeit speichert und zugleich über längeren Zeitraum abgibt. Und das reicht manchmal aus und sieht auch noch nett aus. Also das ist für mich ein Vorteil. Wo nutze ich das noch oder wo wird dieses Moos noch genutzt? Es gibt für Schlangen sogenannte Wettboxen. Nimmt man auch oftmals für einen Königspython. Ist eine Box, ist ein Loch drin, kommt dieses Moos einfach so, wie es ist, rein. Feuchtigkeit wird primär gehalten, weil es nur ein kleines Loch hat und wenig Feuchtigkeit nach außen gibt. Die Schlange kriecht rein, wenn sie einen Feuchtigkeitsbedarf hat und kommt her und setzt sich dann da drauf. Oder wo ich es noch benutze, ist jetzt, wird jetzt unten hingehen, ich habe einen Flächenbrüter, gerade die Eier drin. Ich lege das neben diese Boxen da unten. Das heißt, ich habe auch hier die Feuchtigkeit. Wenn ich merke, dass beim Inkubator die Feuchtigkeit runter geht, habe ich die Möglichkeit, hier dieses Moos zum Beispiel mit einzubringen. Das heißt, ich nehme dieses Moos und setze es dann zwischen die Boxen, wo die Eier drin sind. Sollten die Eier zwischendurch schon zu trocken geworden sein, kann ich dieses Moos nehmen und kann es auf die Eier drauflegen. Das Gute ist, es ist völlig luftdurchlässig. Und was für Eier, primär auch Schlangeneier, immer ein Tod bedeutet, ist, wenn sie keine Luft bekommen, dann ersticken sie. Und das ist hier nicht gegeben. Ich bringe Feuchtigkeit rein für einen Moment, bis die Eier wieder genug Feuchtigkeit haben. Das ist das ganze Geheimnis. Jetzt zeige ich euch nochmal gerne, wie ich das einbringe. Also auch in welcher Menge, wo ich es auch so ein bisschen als Deko habe. Wenn ich das so ein bisschen als Deko haben möchte für mich, dann muss ich das natürlich nicht nutzen für eine Feuchtigkeit. Jetzt ist es leicht feucht, aber wir gießen ja eh manchmal die Terrarien. Jetzt zeige ich euch gerne mal, wie wenig davon ich eigentlich benutze. Und dann seht ihr auch zugleich, wie ergiebig das ist. Wenn ich jetzt für eine Schlange eine Wetbox mache, die kann auch so groß sein wie dieses hier schon. Also da geht ein Ziegel drauf, mache hier den Deckel drauf, in der Seite ein Loch. Sie kann da reinkriechen und wuselt da durch, nimmt Feuchtigkeit auf für eine Häutung oder was auch immer und Hustellen wieder raus, wenn sie keinen Bedarf mehr hat. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. In Teilen habe ich das auch schon genutzt, aber man muss halt immer wissen, für wen man das zur Verfügung stellt. Und wenn eine Schlange so einen geschlossenen Raum hat und sie selbst entscheiden kann, ob sie da reingehen will oder nicht, dann ist es sowieso, kann man nicht viel verkehrt machen. Jetzt schauen wir aber erstmal ins Vogelspinne-Terrarium. Jetzt sind wir hier an dem Terrarium von der Brachipelma Klazi, die im Übrigen jetzt nach Angela benannt wurde. Angela van Klazi. Und ich packe das hier einfach mal so ein bisschen rein. Hier oben mache das ein bisschen flächiger. So. Und im Endeffekt habe ich dann hier so einen Platz. Und da bleibt das dann liegen. Und wisst ihr was? Das ist das, was so auf Anklang getroffen ist. Wenn das durchgetrocknet ist und das liegt hier so, jetzt sieht man mal das nochmal so im Profil, und das liegt hier so, dann hat das vielen von euch gefallen, einfach der Obstik wegen. Weiteren Vorteil, Bodenpolizei, Brauchsfeucht, findet man auch oft hier dran. Also hier ist jetzt keine Bodenpolizei drin. Aber wenn ihr sowas einlegt, dann kommen die weißen Asseln, die Springschwänze, die wuseln dann hier dran rum. Und dann, wenn die wieder genug Feuchtigkeit haben, gehen die nach außen, machen sauber. Und das ist immer eine gute Sache. So. Und wenn ich jetzt hergehe und das befeuchte, dann gieße ich das zum einen. Und wenn ich möchte, dass die Feuchtigkeit länger gehalten wird, dann mache ich das bei Palma Clasi. Ich brauche jetzt nicht so eine hohe Luftfeuchtigkeit. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen eingebracht. Bringt nachher ein bisschen was für die Optik in der Playlist. Meine, beziehungsweise täglich dies und das, wo wir dann auch immer gemeinsam durch die Terrarien schauen, seht ihr das dann. Und dann seht ihr hier im Grunde genommen auch schon das Ergebnis dann später mal dazu. Playlist verlinke ich euch hier oben. Könnt ihr mal reinschauen. Demnächst findet ihr das dann, wenn wir da mal einen Blick reinwerfen. Ansonsten, Clasi sitzt da relativ einfach in ihrem Terrarium. So habe ich das Moos jetzt eingebracht. Man kann das noch weiter auseinander pflücken und so großflächig zum Beispiel auch verstreuen. Funktioniert natürlich auch. Das funktioniert ganz gut am Ende. So, jetzt bin ich mit euch hier doch nochmal an den Inkubator gegangen, um das zu zeigen. Wir sehen hier angezeigt eine relative Luftfeuchtigkeit von 83 Prozent bei gerade 31,9 Grad. Steht auf 32 Grad der Inkubator. Und aktuell, und da schauen wir jetzt mal. Also wir haben wie gesagt hier 83 Prozent. Das ist in Ordnung. Soll immer so 80, 90 Prozent haben. Das reicht. Wir bringen jetzt einfach mal das Moos ein und gucken, ob sich dieser Wert denn verändert. Dazu nehmen wir kurz den Deckel hoch. Hier ist das gut. Ja, neun schöne Eier. Und da gebe ich jetzt links und rechts Moos ein. So, jetzt habe ich hier schon auf der rechten Seite das Moos reingegeben. Lass das hier so fluffig liegen. Einfach. Und das gleiche mache ich jetzt nochmal auf der linken Seite hier hinten. So, auch jetzt hier links nochmal das Moos dran. Hier sind die Eier. Und so sieht das jetzt in Gänze aus. Wir waren bei 83 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ich habe das nur, vorhin das Wasser hinzugegeben, diese zwei Liter. Das wurde sofort aufgesogen. Gar nicht noch weiter angefeuchtet. Das heißt, es wirkt jetzt nicht nass. Wir machen jetzt wieder den Deckel drauf und gucken gleich mal, wie sich der Wert verändert. Bereits nach 20 Minuten gucken wir hier drauf und es ist jetzt schon auf 84 Prozent Luftfeuchtigkeit eingestiegen. Das heißt nicht, dass das ein Game Changer ist, dass man hier 10 Prozent erhöhen kann. Aber aufgrund meiner Erfahrung mit der Inkubation jetzt hier zum Beispiel auch mit so einem Flächenbrüter oder auch im Bootschrank, haben wir jetzt hier mit dem Moos die Fläche erhöht. Das bedeutet, mit meinem Erfahrungswert aus der Vergangenheit, von den Gelegenen, die ich bisher beberühtet habe, so brauche ich gar keine Feuchtigkeit mehr nachgeben. Das heißt, das nächste Mal geht in der Theorie hier in diesem Inkubator erst der Deckel wieder hoch, wenn irgendein Ei irgendwelche Auffälligkeiten hat oder wenn sie geschlüpft sind. Vorher nicht. Ein Nachfeuchten, wie gesagt, meiner Erfahrung nach, ist so nicht notwendig. Mich würde mal interessieren, ob ihr das auch im Inkubator einbringt, ob es notwendig ist, ob ihr euch das spart. Ich bin der Meinung, man kann es sich klemmen, aber es ist ein guter Backup. Wenn ich es da habe, wieso soll ich es nicht nutzen? Also von meiner Seite aus ein sehr, sehr großes Herz für Spacken und Moos. Guter Qualität. Das nochmal kurz hinterher geworfen. Zu guter Letzt, wie soll das Moos gelagert werden? Ich lasse es einfach hier drin, packe den Deckel drauf, klack, klack. Da ist die Feuchtigkeit, die kann aus diesen Löchern da entweichen, da zum Beispiel. Das ist auch kein Problem, weil wenn ich jetzt einen geschlossenen Raum geschaffen hätte, dann wäre es so gewesen, dass das Zeug auch irgendwann anfängt zu gammeln. Ich gehe davon aus. Das wollen wir verhindern. Also lieber trocknen lassen und wieder anfeuchten. Ja Leute, soviel zum Thema Spacken und Moos, wofür ich es brauche, warum ich es euch empfehle. Und genau, schaut euch Spacken und Moos an, wenn ihr es nicht schon habt. Wenn ihr es schon habt und es ist ähnlich zu diesem hier oder das gleiche sogar, dann schreibt doch eure Quellen rein, wo ihr es kauft und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Oder welches ihr nicht weiterempfehlt. Darum geht es ja letztendlich auch, dass wir nicht alle so viel und nütz Geld verbrennen für Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen. Dass ein Moos in unserem Fall mal nicht funktioniert, liegt dann sicherlich auch im Anwendungsbereich. Ja, jedes Moos hat sicherlich irgendwo seine Daseinsberechtigung. Hier für mich spielt dieses Moos jetzt die Hauptrolle. Und das schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und falls ich wieder herausfinden sollte, wo ich das in lockerer Form in einem großen Sack schon mal erstanden habe, dann lasse ich es euch natürlich hier in der Infobox wissen oder auch in den Kommentaren. Aber bis dahin bin ich auf eure Meinung gespannt, eure Eindrücke und so weiter. Ich freue mich auf die Kommentare wie immer. Bis dahin euch alles Gute. Wir sehen, lesen, schreiben, hören uns. Bis dann und ciao. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020